Assalamu alaikum meine Lieben, hier ist wieder die Khadiga, die Deutsche Amnil, Interview Nummer 2, Teil 2. Mahmoud ist auch wieder am Start, um ihn geht's ja heute. Also, Nicole hat eine Frage gestellt, Number 1 Mahmoud. You were having doubts for Amina. You were having doubts with me. You were not sure that Agnebea is coming to Egypt. You know, what will be? Assalamu alaikum, I stay like 2-3 years. What? How come 2-3 years? One year. Ein Jahr war er unsicher, ein denn? I think this is not be sure, not true. It's like a dream. It's coming. Er hat gedacht, nach einem Jahr, ja, die haut wieder ab. Das ist ein Traum, das kann gar nicht sein. Und, na, die wird wieder gehen. Und, ah, I'm still here. Oh Allah. The dream become ugly dream. Not in my planning. Es kam, der Traum wird zum Albtraum. And your parents also unsure. Not sure with me. My parents don't understand this topic so much. Maybe you don't know, this is your country until now. Good, yeah. You don't know where it is, just these people here from where coming the... But they say also, your mother was unsure with me that I go away with the children. They see this in the television. We cannot cook, we cannot, we're lazy people. Okay, da. I was sure, yeah. Make up the longer face. Yeah, they have gedacht, I'm just going to paint the long hair and sit with me and do nothing. No, no. Now they see the difference. What was the most beautiful moment in your life, what you remember now? Oh, everything was nice in my life, alhamdulillah. And I was brave, but I can't speak on the internet. And my childhood also was nice. Okay. Okay, also, das haben wir vergessen, also wie gesagt, wenn es um so private Sachen zwischen mir und ihm geht, das wird wahrscheinlich eines der schönsten Momente gewesen sein in seinem Leben, deswegen sagt er jetzt da nichts dazu, weil er will unsere Ehe für uns, also privat halten. Das hat Sweet Orient gefragt. Dann hat sie noch eine Frage gestellt, when you was the first time in love and was this organized from your parents? Warst du das erste Mal, war das arrangiert von den Eltern? Wann warst du das erste Mal verliebt? First, my parents here organized this all. Also, die Eltern organisieren hier gar nichts? All in Muslim country. In what you mean, the love organization? The marriage organized here? Yeah, sometimes the mother see a girl and she say to her son, I see some woman, she's working with you or something, our sister, kind of. But not by forcing. Love of forcing. Also, hier wird nichts gezwungen, es gibt hier keine organisierte oder arrangierte Ehen. Das ist alles. And when you were the first time in love, Mahmoud, you must explain this. Yeah, and it's just with you. We had before in the school, with you, with you, but, yeah, I mean, children. Children, childhood, also, Kindergarten, okay, kalas. Also, das ist auch so, dass hier nichts verliebt ist und die Eltern organisieren keine Liebe, die organisieren nur eine Verlobung. Und dann, in der Verlobung wird gesehen, klappt es oder nicht. Und deswegen lösen sich viele Verlobungen, weil die Liebe springt nicht über bei beiden. Kalas. Die liebe Kerstin fragt, what you was learning? I learned social work. Social work. Das ist, also, ich habe, ich, ein Vermittler, ich weiß immer noch nicht, wie so ein Sozialarbeiter, praktisch ein Vermittler zwischen, ähm, so einen Job gibt es bei uns gar nicht in Deutschland. So eine Berufsbezeichnung, oder wenn ich es nicht weiß, bin ich dumm, keine Ahnung. Er hat es mir so erklärt, er ist der Vermittler zwischen, in der Schule zum Beispiel, zwischen Schüler und Lehrer, in der, in der, so wie ein Vertrauenslehrer, ne, und er ist, aber ohne Lehrer, nur da sein, wenn die ein Problem haben. Du bist praktisch auf Abruf. Du hast dein Büro und da kommen die hin. Genauso in jeder Firma. Ähm, zwischen Arbeiter und, äh, Firmenboss, so. Then, how you come the first time to Hurghada? To who? Wer hat dich das erste Mal nach Hurghada gebracht? Durch wen? Hä? Bei Bass. Bei Bass. Mit dem Boosty Schock fahren. Ah, Mahmoud, you must not move. You see my camera is moving. Bei Bass. Ja, it was, äh, Retev, there. Ah, at Verwandte dort gehabt. In, äh, Hurghada. Mhm. I go to him, and I stay with him in the flat. He work, but he's there in the government, not in the, what else. Mean, I know him. No, I don't, äh, don't know him. I stay with him, and after this, äh, also he was, äh, has, like, public flat, with many person with him. Mhm. Like five, six person with him in the flat. And the most work also in the hotel, and organized for me work there. In Old Vic. Mhm. Also er ist zu einem Verwandten nach Hurghada in die Wohnung gegangen, und da waren noch viele andere, äh, so, äh, Leute, so eine WG, und da hat einer dann gesagt, komm, wir brauchen noch Security im Old Vic Beach, der Strand. And how long you was in Hurghada? I remember seven years. Wie lange warst du dort? No, more. More? Till I met you seven years. And then? Ah, wirklich. Ah, also eight years, nine, ten. Twelve. Zwölf? How come? Ten years ago. Ten. Also sagen wir zehn Jahre, whatever. Okay, Alhamdulillah. Dann haben wir noch von, äh, warte mal. Hat Sweet Orient das alles? Nee, die Kerstin hat das gefragt. Entschuldigung, Kerstin. Jetzt Nummer fünf. Diese hat gefragt, welcher Mensch hat dich am meisten beeinflusst in your life? Which, äh, which, äh, which, äh, man influenced you the most in your life? The life? Das Leben. A human being? La, ma wie's human being? Äh, äh. Möken, msall in my life, äh, 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 äh. Also der Prophet und das Leben selbst hat ihn praktisch beeinflusst. Okay. You wish more children. On one side I wish, on the other side I don't wish. An einer Seite will er, auf der anderen Seite will er nicht. Okay. You want to move one time in your life to Germany, you want to see America, Thailand, England or French, Paris. Willst du mal nach Deutschland? Amerika, Thailand, England oder Frankreich? Wallahi, Diti, not in my plan. But if you have a gift, it's because of the price, it's because of the hotel, it's because of the food, Also it's not in his plan, but if he gets a flight ticket, a hotel or I don't know, a flight ticket and eat and drink, then he comes. And transferring inside also the country. Ach so, also everything is on the side, dream, Habibi. If everything is on the side, you find that creator. If not, chalas. If not, misch, misch, gary, egal for me. That bus, all that, chalas. Okay. From what you are dreaming, you have a wish open in your life. Hmm. Von was träumst du, hast du noch wünsche offen? Wallahi, who get his wish, he die, chalas. Ma vish had, yani, kullu lwish, in lwish, in lwish, yubba, kullu tama, mucalas. Is this a, you say this in Egypt? Who get his wish, he die? Yani, who get everything, what he want, chalas. Mashi, but you have a wish. One wish, tiny, anything. Yani, can I see, I work far away from the farm, haja keda, especially, yani. This is your wish, but you work in the farm. I will. This is the problem. I will see. Ach so, sein Wunsch ist, einen besseren Job zu haben, ihm gefällt es nicht, auf der Farm zu arbeiten. Ja, Habibi. Ja. A more better job you will not find with this money, what you get from the farm. Inshallah. Ja. Alhamdulillah. Okay. Dann die Eva fragt, waren viele Frauen im Dorf mit Kopftuch. In the past, many women wear the scarf in your childhood. I was also wearing the scarf. Alle haben ein Kopftuch getragen. You was having Koran lesson in the past? In the school. Mhm. And we make something like Halakka. We sit together in the Moshe after the break. We make a special time after the Passover, after Maghrib one hour. Mhm. Between Maghrib and Masamu Isha and somebody he read good, he sit in the middle and everybody he read the page. Mhm. It's moving when you move your hands so much. Ähm, also die haben Koran-Kreis gemacht, wenn du so willst, not, ähm, zwischen den Gebeten im Koran, äh, in der Moshe und haben dann so den Koran gelernt. Also es gab kein extra Unterricht. Ähm, wie many Shops in the past, here in the village? Oh, thousands of thousands. Only one here around us. Tausende, tausende, gab's keine Shops, nur ein Shop gab's hier in der Straße. what you move here for the station was only farm, not was. Mhm. Okay, dann, ähm, when the Kasser, der Assab, hat der Opa die Ernte alleine eingeholt or he was having Helper? Äh, Abdelalim, he was... Can we help her and the people also was, every house was one or three or five animals. Everybody, when he here, he ran to any field. Also es gab auf jeden Fall Arbeiter. You was having a car in the family? In the family. In your family? Nee, der Opa hat ja mit den Ohrenproblemen und dann durfte er keinen Führerschein machen. With cause of your hearing, hearing is not allowed. Anyway, it was even my fish in the house, in the bus. Guck mal, der Bahmut macht immer so und das Ganze Mahmut, it's moving Alatul when you make Keter, 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 Keter. Also, ähm, was there a bus transfer here to go to Nagahamadi from here, from the village? Äh, yes, kam viel. But in the bus was only bus, big bus. Mmh, nur ein großer Reisebus. Ah, sorry, just comes this little micro bus. And was having time or like this, yallah, we go back, go back. Ah, go back, like this. okay, without what time? Every two hours only? Just the bus was time. Mmh, okay. Okay, we become Opa, the job in aluminium. How Opa was getting the job in aluminium from who? When, our Haja was the organization the work from the aluminium, he lived here beside us. Ah, that is a man that had us organized to live neben uns and he gave his paper there and he say, yallah, come. And the people also was refusing to go because it was a silly small and the bus took it and the people wanted to work because the income was low and that is why the Opa is going because he had other things nearby, other iron in the fire and so. and then it's better and everyone wants to work and no one finds a place. Nobody gets placed now. Everybody wants it. And now, after I finish, I refuse also on a chance. He wanted to work but they didn't take it. He was 150 pounds. 200. Say what 100? 250 is the celery. Huh? In the month? In the week. When? When I finished the school. So less money, Mahmoud. But it was good. We say good in this time because the price also was good. Okay, what you want to be Cornelia what was your wish to become job in the job police Ah, sabit. Der wollte früher, der Berufswunsch war polizist. Was Hurgada your dream? Fragt die Cornelia auch. To go to Hurgada. Yeah, I want to go but not my dream. Also I want to gain money to work egal what is there. Er wollte noch Geld verdienen. Near. I are near. Okay, Marion fragt, how was in the past the teacher? Lehrer Unterrichts Methoden? You get beating or was quiet? No, we get beating. Viel Schläge gab es früher. But the learning was good. Okay, aber er hat gut gelernt sagt him. Was the English new in the past or normal in your time? war es neu, das Englisch lernen? In seiner Zeit hat angefangen, dass alle Englisch lernen. When you get older, you have to go far away to the school. Als du älter wurdest, musstest du weiter weg zur Schule? Ich war in college in kina jeden tag eine stunde. But you go only to kina. Also er hat nun kina seine ausbildung gemacht. er hat dort geschlafen. Am wochenende ist er nur heim. Hattest du damals auch nachhilfe unterricht? Das war normal in der past also in subject? Mathematik. Also in Mathematik hat er Nachhilfe bekommen. And what your parents wish for you that you become job? Was wollten deine Eltern für dich jobmäßig? Also die Eltern wollten immer nur das beste für ihn aber was ist egal hauptsache was gutes die Eltern sind da die haben nie drüber gesprochen hauptsache er hat einen guten job und verdient gut geld was genau ist egal hauptsache er ist glücklich und hat was gutes you remember the grandmother stories erinnerst du dich noch an die großmutter geschichten also der kann sich an keine schwiegermutter äh großmutter erinnern nur an seine großmutter erinnert das war die schönste erinnerung an deine kindheit Die Freiheit, wir haben keinen Stress gehabt. Also die Ungeschwertheit erinnert sich, das Schönste. Das stimmt. Sleep, wake up, make your planning in the same moment. Like now. We have... Mohammed, you move your body all the time. It is a man. What? Where you go? Now it's good like this. Just cook my show. This is Zara. Leave it. Is it for my mother? was was the first present what you get in your life just maybe from you something what you get from the parents we go bought it by ourselves also da gibt es nichts wenn die eltern was gegeben haben geld dann haben sie selber gekauft also in my present was the first what you and what was it t-shirt i am t-shirt habe ich ihm geschenkt okay then you was making pranks in the past when you was a small boy hast du auch streiche gemacht als kleiner junge gespielt the parents dem die eltern erschrocken not with the parents now with who with the children with each other ah die erschrecken sich gegenseit best ah this is the most better also das ist das beste die beste frage finde ich und lustigste mal sehen was er sagt ich habe ja schon mal gefragt da hat er sehr lustig geantwortet how was it for you if you see the tourists the first time in your life in the hotel und wie hast du das weil sie das erste mal die touristen so naked you see da hast du nackig gesehen die hatten auch keine television also die hatten nur zwei programme die hatten keine schüssel auf dem dach die haben gar nichts gesehen also ganz schlechtes bild hatten sie und die hatten nur ein und zwei programme musste immer wechseln und dann ist es so zum vergleichen wenn jemand nicht gewohnt ist in die sauna zu gehen und dann auf einmal ist man praktisch oder fkk ihr müsst euch vorstellen ihr geht das erste mal angezogen zu einem fkk strand und alle sind nackt und ihr seid da zwischendrin und das ist das erste mal für euch da glotzt ihr auch blöd und das war so was für ihn und dann noch als junger mann a young man you was dieses double stress die nackten the naked woman in kinder auch geplant match okay aber so dazu lasst question ein fani question diese love diss rented 26 Fragen, haben wir gerade gestellt. 26 Fragen in 19 Minuten. 20 Minuten. So fast. Ja? Was willst du noch, sagt er. Also, lustige Frage. Ich stelle mir das auch wirklich krass vor. Wenn du so ein junger Mann bist, kommst du und hast nie deine eigene Mutter nackig gesehen oder die Schwester, weil die sind auch immer angezogen. Man soll sich ja auch nicht im Islam vor den Kindern so ausziehen und so. Und dann kommt man nach Hurghada und sieht vielleicht auch oben ohne Mädels oder Frauen oder alte Omis, ne, im Bikini. Also, das ist für ihn auch zum Teil lustig, stressig. Kann man ja vorstellen, ne. The hormone stress for you in the Hurghada. Yes, stress, stress. Anyway, another topic this. Das war's mit dem Video. Ich seh schon, er will sich, we change the topic machen. Ajoa, geht dabei. Ajoa. Nicht so lang da rumreiten. Na gut. Das war's im Video, Leute. Also, mehr Fragen haben wir nicht. Und ich denke, das waren ganz schön interessante Fragen dabei, lustige. Und wenn ihr nochmal einen Teil 3 sehen wollt, schreibt mir bitte in die Kommentare. Ihr könnt jetzt wieder eure Fragen stellen. Ansonsten. Nochmal, fisch. Nochmal, fisch. Interviewtani? Nochmal, fisch. Halas, er möchte nicht mehr. Halas. Das war ägyptischer Witz. Also, ihr könnt Fragen stellen, ne. Guck mal, der ist immer so trocken. Da denkst du, das ist ernst, ne. Alhamdulillah. 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 Bye-bye. Okay, Leute. Also, ihr wisst, Daumen nach oben für Mahmoud. Und was sagen die Leute immer? Aktiviert die Glocke. Abonniert den Kanal, dass ihr auch immer up-to-date seid, wenn wir was hochladen. Und vergesst nicht, den anderen Kanal zu abonnieren, Ägypten-Vlog-Familie. Und ansonsten, bis die Tage, Masse Lämmer. Bye-bye. Bye-bye.